So, durch einen 2 zu 1-Sieg bei der SG Hochwaldserv ist die SG Eltscheid am drittletzten Spieltag der Bezirksliga Meister geworden. Der Meister-Trainer, was ist deine Meinung? Ihr habt nur zwei Spiele in der ganzen Saison verloren. Einen würdigeren Meister kann es eigentlich nicht geben, oder? Ja, grundsätzlich bin ich super glücklich natürlich. Erstens mal auch mit der Quote. Wir haben die Jungs sich einfach auch verdient. Und das ist ganz klar ja auch der Dienst der Mannschaft, so eine Leistung auch abzuliefern. Und ich denke, wir haben auch oft dann nötige Glück, was man braucht, da einfach auch gehabt, um dann auch heute verdientermaßen, denke ich, auch Glück zu gewinnen und auch Meister zu werden. Wie soll es jetzt weitergehen bei euch? Wollt ihr mit dieser Mannschaft draufgehen? Wollt ihr euch punktuell noch verstärken? Oder ist das jetzt alles heute noch zu früh, um darüber nachzudenken? Nein, wir haben natürlich zweigleisig geplant, mussten wir natürlich. Und wir haben hier eine Mannschaft, die komplett so zusammenbleibt. Plus punktuell, qualitativ auch nochmal Neuzugänge auf zwei, drei Positionen. Und dann denke ich, sind wir gut gewappnet um nächste Saison, um den Klassenerhalt in der Rheinland-Diener zu spielen. Okay, was ist heute Abend noch angesagt? Spontane Feier oder was? Spontane Feier, denke ich, werden wir erstmal nach Hause fahren und dann uns da sammeln. Und dann auf jeden Fall noch ein, zwei Bierchen heute Abend trinken und die Saison vernünftig zu Ende spielen. Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spaß heute Abend. Tschüss.